Wann kannst du jetzt mal mitspielen, du Opfer? In 10 Tagen, glaub ich. So, ist ja ewig. Warum erst in 10 Tagen? Weil dann der Ficidal ist. Ja, weil er so einen schlauen Lieferanten genommen hat, und das einfach 5 Wochen dauert. Nee, weil einfach Corin... Corona? Weil meine Ex-Corona den Lieferdienst einfach komplett durchfickt. Meine Ex-Corona? Ja. Nee, ich hab nur eine, die Corona heißt. Egal. Spielen die jetzt eigentlich alle so scheiße, oder warum verlieren wir jetzt gegen die? Außerdem, wenn ich mir anhöre, dass du ein Spiel, die ich von anderem kritisierst, dann denke ich mir so, wenn ich mit euch spiele, dann ist es vorbei. Letzter Leben der Spieler. So kann ich nicht arbeiten, Leute! Das geht doch nicht! Ich kann mich doch nicht alleine lassen, Mann! Jetzt reicht. So kann ich nicht arbeiten. Nee, nee. Abgelehnt. Ich werde ein Verfahren einleiten. Was denn für ein... Ich werde ein Verfahren einleiten. In-Kontinenz. In-Kontinenz. Wir haben heute alle irgendwie Wortfindungsstörung. In-Kompetent. Oh! Oh mein... Richtig schlecht. Mach Ulti. Halt's Maul. Ich find's schön, wie ihr euch gegenseitig die Gastzeit fertig macht. Diffuse! Diffuse einfach! Diffuse einfach! Nein, Fleiss! Oh, Fleiss! Oh, nein, Fleiss! Als ob das ein Afe ist. Schafft's. Warum hast du nicht früher Diffuse? Du hättest es noch geschafft. Du hättest die Hälfte machen können, dann die töten und dann wieder. Warum Fleiss? Du hättest die Hälfte. Du hättest die Hälfte. Du hättest die Hälfte.